Ja und jetzt freue ich mich einfach nur mit den Fans und mit unseren Jungs ordentlich die Sau rauszulassen und zu feiern. Das ist Steinborn, Leipzigs bester Torschütze und der drehte Grimmers Kotzhock nochmal auf links und dann rein ins Vergnügen nach neun Minuten das 1 zu 0 für die Hausherren. Die Flasche Steinborn, Schneider mit der Parade und Steinborn mit der Willensleistung. Das machen sie jetzt mit, das ist Parnier auf Steinborn. 75 Minuten gespielt und der Führungstreffer für Lok. Nichts, dass die Flasche intuition. 1,2,3, 4, 4, 5, 4. 1,2,4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 14, 25, 16, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 25, 20. Ja, heute haben wir die mal endlich ausgenutzt, war bisher noch nicht der Fall gewesen, einmal in Halberstadt, aber heute waren wir echt sehr gefährlich nach den Einwürfen. Ja, ein, zwei Sits gemacht, aber auch gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.